fehler okay erst mal wieder hier auf blaue rad vier ecke kommen und so so jetzt kann ich doch bestimmt hier so ja genau so ha ich bin gut so wie klettern gar nicht die wende hoch die fallen am boden gut zu wissen was soll ich jetzt über und schatztruhe 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 max raketen erhöht sich um fünf okay ich glaube die truhe hat sich gerade etwas agro angehört egal und da hat er so gut reflexartiges drumrum schießen das wirkt niemals aber egal ich mache trotzdem hahaha aber irgendwie seitdem wir mehr kp haben das spiel irgendwie kann das denn jetzt auf einmal her sind alle dort egal das man in den store luог es ist wahrscheinlich natürlich im obé nut es denn dafür du 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 und ja erstmalig und es geht nicht auf 21 uhr hat er wartet da wie hinter und er ist hinter und random stimmen die ich gar nicht machen kann okay der gieß rotziger schütze jetzt bestimmt nicht für den stormraum okay du 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 in den stormraum stormraum okay wer wirst du denn ein roboter scheint so als hätte er keine energie aufwählen aufwählen ein computer ventilatoren sind aus maiko ist aus was dann ist maiko strom anschalten ja jetzt ist der roboter wahrscheinlich voll anglob hat es maiko ich glaube das akku auf uns ein ringlingsalarm zerstörung ich habe dich gerade wiederbelebt und das ist ein dank natürlich nein das ist was völlig neues für mich sie war es nicht der doktor hat uns ausgerastet ja genau der doktor ist ausgerastet er schubt mich ziemlich hart aber es ist ein bisschen oder flessig konnten wir uns unseren meister nicht widersetzen der tags ist viel zu langsamer um ihn flüssig vorzulesen jedenfalls bin ich hier um dich zu zerfärzen natürlich haupte des doktors das ist ja ein okay wenn raken geben 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 rauh rauh kitten rauh 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 verdammt rauh feuer du 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 kannst überhaupt nichts oh god und du hast mich getroffen oh mein gott welch schratt welch schmach er hat mich getroffen das könnte ich dich auf fragen so der roboter war ziemlich platt mein körper wurde in den bogen geschlagen willst du ihn noch aus ich bin ich mir gerade im überleben ja komm da danke du bist eine nette person und so schritt sie ist vollkommen kaputt man merkt es ne danke dass du mich gerettet hast ich würde mich gerne revanchieren aber ich kann nur bomben ja sehr gut das reicht doch schon gib mir bomben ich würde mich gerne revanchieren kann aber nur bomben machen wo liegt das problem mach verdammte bomben meine herren das ist doch ungefähr genau das was ich oh Ventilator wiii das Ventilator ok wir speicheln erstmal wieder speicheln spiegel 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 es sah gerade wieder für mich aus als würde es wieder von selbst scrollen soo wir besiegen erstmal die da unten weil von hero haben keine damit nichts zu befürchten quasi soo soo oh der Frosch lebt noch stirb Frosch ok so jetzt können wir eh kein Schlüssel im Schlüsselloch stirb Frosch nein was es ist nicht der Schlüssel zu diesem Raum na das ist dein Versuch wenn sie kein Schlüsselloch hat brechen wir die Tür auf wie machen wir das am besten am besten mit diesem Motorrad hier höhöhö ok wir können jetzt noch rauf springen was soll das komm Lehermaus Lehermaus danke du bist du gerne hier rauf so ja so kommen wir gar nicht super du 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 nein nein level down verdammte scheiße random sound das ich hast es was was können wir hier zu wir gehen einfach mal wer bist du denn oder bevor wir ihn ansprechen würde ich sagen wir speichern lieber nochmal Spier gespeichert Weil der sieht mir irgendwie mysteriös aus. Lass mich dir einen Tipp geben. Harte die Sprungtaste gedrückt, um... Hääähä... Aufzustellen! Hat das... Oh! Klapp! Huijiii! Ja, das war vollkommen lemmvoll. Ach man! Irgendwie jetzt springen wir auch noch in die Stacheln ein. Einfach weil ich's Ganten... Nein! Verdammt! Ja, zum Glück habe ich da oben vorhin gespeichert. Das andere wäre jetzt echt ärgerlich geworden. ULITRA JUMP! Ah, danke schön! Nein! Nein! Ah, ich sterbe echt nur durch komische weiße Dinger auf dem Boden und instant kill darin! Was soll das? Ja! Sehr gut! Ich leute mich aber doch gerne da hinten hin! Da hinten hin um Raketen abzusagen und Herzen! Wow! Überjob! Yes! Yes! Er scheint verschlossen zu sein! Wo hatte Gummi stehen da auf der Tür? Gummi? Ein Passwort? Oh Gott! Dam, dam, dam! Na ja, okay! Du, 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 du! Wir merken uns das Wort Gummi! Warum hat man Gummi? Darauf kann ich mir jetzt auch gerade keinen sinnvollen Reihen machen! Hui! Äh, ich möchte da rauf! Warte ich jetzt weiß nicht! Es geht immer noch nicht! Doch, es geht! Na, ich hab's geschafft! Okay, bei der Truhe waren wir ja schon! Grassdown-Hütte! Oh yeah! Erstmal gehen wir in eine Runde pennen! Äh, was? Protokolletenländer sind auf dem... Okay! Und jetzt können wir jetzt 20 Raketen tragen? Wow! Wer bist du denn? Jetzt hab ich kurz auf meine Anzeige geguckt und dann kommst du hier einfach um die Ecke oder was? Kleiner Spaß! Alter! Geht nicht klar! Wir gehen jetzt da rein! Nichts! 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 Okay! Dieser kleine Spock, Alter! Ich bin voll auf den! Äh, ja! Du, du, du! Da ist ganz schön hellloch! Ah, dann brech ich mir die Tür auf! Wie machen wir das alles? Ah! Mit Knarren! Du, du, du! Ach nee! Ich kann das hier einfach mit Feuer machen! Feuer! Lalalalalalalala! Was können wir hier oben tun?! Okay! Huuuuiiii! Experientepointe! Z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z-z! Rrrr! A-P und Ragi! Und ich will es spechern! Ich will es spechern! So, wir merken uns immer noch das Wort Gummi! Ups! Das wollte ich nicht! Iii! Springen drauf! Wenn haben wir jetzt das Wort... okay ich dachte vielleicht ist das Wort Gummi einfach ein Base Items oder so ein Scherz! Äh, stimmt! Hier war das! Oh, alle noch mal! Wo muss ich noch mal das Passwort eingeben? Oh Gott, Kurzzeitgedächtnis! Buh! 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 So! Feuer! Feuer! Danke! Oh! Oh! Na komm, schieß! Danke! Moment, Knarre! knarre doch 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 dacke gut ich gucke jetzt noch mal in jedem dampfen raum nach wo ich das passwort eingehen könnte aber ich glaube ich gehe hat dermaßen falsch aber ist ja nicht so schlimm so raus hier du 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 du